Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer anderen Serie über das Herz von uns Menschen. Wir haben uns letztes Mal bereits mit dem Phänomen beschäftigt, mit der Begierde in uns. Wir wollen heute weitermachen. Stell dir vor, du wohnst in Köln wie ich und hörst im Radio, dass ein Löwe entlaufen ist. Du wohnst in der Nähe vom Zoo und erfährst, dass der Löwe nun durch deine Straßen streift. Was machst du als nächstes? Ich denke als erstes, prüfen ob alle Fenster zu sind. Tür zumachen. Das Klavier vor die Tür schieben. Irgendwo im Schrank ist noch das Jagdgewehr vom Großvater. Das nimmst du und setzt dich aufs Sofa gegenüber der Tür und dem Fenster und wartest, wann taucht der Löwe auf, um ihn gebührend in Empfang zu nehmen. Gleichzeitig aber, was du nicht weißt, ist ein Terrorist bei dir im Keller, am Werk, in aller Ruhe, legt der Sprechstoff in die Grundfesten deines Hauses. Welcher Feind ist für dich gefährlicher? Ja, wir lesen davon, dass der Satan wie ein brüllender Löwe umhergeht und sieht, wen er verschlingen könne. Was wir aber oft aus den Augen verlieren, dass er einen Komplizen in uns hat. Und zwar die Begierde. Ihm zusammen mit der Sünde geben wir meistens die Verantwortung Satan, der uns versucht hat. Jakobus bringt dir etwas Klarheit, wenn er zuallererst sagt, Jakobus 1 Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zu bösen und er selbst versucht auch niemand. Das heißt, Gott ist nicht daran beteiligt, jemanden zur Sünde zu verführen, zu versuchen. Wer ist es denn? Jakobus sagt, sondern ein jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Merken wir, Jakobus sagt, dass der Komplize Satans die Begierde in dir, sie ist es, die dich versucht. Und das gilt für jeden. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde erst mal gereizt wird, abgelenkt wird, von Gott abgelenkt wird, von Gottes Prinzipien abgelenkt wird, von Gottes Absichten abgelenkt wird. Dann wird er auch noch gelockt. Das heißt, die Begierde zeigt etwas Attraktives, legt Köder aus. Handelt im Grunde genommen wie jeder Angler auch. Es legt die Köder aus, auf die wir am besten und am ehesten ansprechen. Das macht die Begierde in uns. Das sind die Wünsche in unseren Herzen, die so harmlos daherkommen, so natürlich, so menschlich, so verständlich. Ja, und es ist auch nicht verkehrt, Wünsche zu haben. Wir dürfen Wünsche haben. Wir sollen unsere Wünsche Gott sagen. Und er schenkt uns vieles nach unseren Wünschen. Die Frage ist nur, wie ich mit diesem Wunsch umgehe. Wenn er mir etwas schenkt und mir auf die Hand legt, wie ich auf der hofenden Hand diese Gabe behalte, dann ist das ein Wunsch, den Gott erfüllen kann und auch nicht erfüllen kann. Meine Beziehung wird sich zu ihm nicht ändern, auch wenn er mir nichts geschenkt hat. Aber wenn er mir geschenkt hat, dann reagiere ich mit Dankbarkeit und mit der Bereitschaft, das für ihn immer wieder zur Verfügung zu stellen. Wenn aber sich meine Faust schließt, sodass die Knöchel weiß werden, so ist bereits die Begierde am Werken. Das, was Gott mir gegeben hat, ist mir so wichtig und so wichtig, das ist mein Leben, das will ich auf keinen Fall loslassen. Da redet bereits die Begierde. Aber sie kommt sehr langsam zum Zuge. Sie reizt, erst mal lenkt ab, sie lockt. Dann aber, wenn sie empfangen hat, wenn sie dann an unserer Zustimmung bekommen hat, unser Ja dazu bekommen hat, dann wird sie schwanger. Also in dieser Sprache redet Jakobus hier. Wenn sie empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde, die sündige Handlung. Sie bringt sie dann hervor. Und die Sünde, wenn sie verwendet ist, gebiert den Tod. Also merken wir, die Begierde, so harmlos, so sanft, so attraktiv sie daherkommt, so gefährlich, so mörderisch ist sie auch. Von Anfang an ist die Absicht der Tod, der nach der Vollendung der Sünde eintreten soll. So arbeitet die Begierde in uns. Sie ist nicht neutral, sie ist beim besten Willen nicht harmlos und schon gar nicht ein Freund von uns. Epheserbrief Kapitel 4 Vers 22, da spricht Paulus davon, dass wir, was den früheren Wannen betrifft, den alten Menschen ablegen sollen, die sich wegen der betrügerischen Begierden verderbt. Also hier werden die Begierden, die fleischlichen Begierden als betrügerisch bezeichnet. Betrügerisch ist alles, was eines verspricht und das andere bietet. Das ist das gleiche Köder-System. Ja, das sieht so echt aus. Das schmeckt auch gut. Das können wir auch spüren, wie man uns das gut tut, wohl tut, aber den Hacken verschweigt, an dem wir dann hängenbleiben. Die Begierde ist trügerisch, verspricht Erfüllung. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich ein Mensch. Dann geht es mir gut. Und dann erreiche ich das und merke, dass es noch lange nicht das gebracht hat, was ich mir erhofft habe. Vielmehr Ertäuschung, Frust, neue Begierden, neue Herausforderungen, neue Kosten, die es mit sich bringt. Und dass die Begierde hier als verderbend gekennzeichnet ist, macht deutlich, wie verhältnisvoll sie ist. Sie ist betrügerisch. Sie verderbt. Sie ist betrügerisch, indem sie ablenkt, indem sie lockt, indem sie an den Hacken nimmt. Titus spricht Paulus davon, dass wir mannigfachen Lüsten und Vergnügungen dienten, lebten in Bosheit und Neid verhasst und einander hassend. Damit macht er deutlich, dass die Begierden sehr vielfältig sind, mannigfach sind. Es gibt sehr viele verschiedene Köder. Das Sortiment ist schier unübersehbar, nicht zu überblicken, dass Satan zur Verfügung hat, um uns zu verführen. Er wird schon den richtigen Köder zu jedem von uns suchen und jeder von uns geht auf andere Köder ein. Galaterbrief spricht Paulus davon, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Er spricht davon, dass wir in diesem Widerstreit leben, sodass wir oft nicht das tun, was wir wollen, weil die Fleischeslust uns gefangen nimmt. Sie ist knechtend, sie ist versklavend, sie will uns beherrschen. Dem zu entgehen, gibt Paulus hier schon einen Tipp, ist der richtige Weg, im Geist zu wandeln. In der 1. Petrusbrief spricht Paulus davon, Kapitel 2, Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten oder gegen das Leben streiten. Also Begierden geben sich gerne als Freunde aus. Als Wünsche, die eine Zufriedenheit mit sich bringen, wenn sie erfüllt werden. Als etwas Schönes und Attraktives, Vielversprechendes. Aber sie sind gegen unsere Seele eingestellt. Sie kämpfen gegen unsere Seele. Sie sind feindselig. Das sind Begierden, sie haben den Tod zur Absicht von Anfang an, wenn sie anfangen uns zu verführen. Schließlich sagt Johannes 8,44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Das heißt, ihr habt das gleiche Begehren wie euer Vater auch. Die Begierde, ja, sie hat ein teuflisches Wesen und spricht weiter davon. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Und das ist die Begierde an sich. Sie ist der Menschenmörder. Sie hat den Tod zur Absicht. Sie will uns zur Sünde verführen und uns damit nicht nur in den leiblichen, sondern in den ewigen Tod zu stürzen. Wenn er die Lüge redet, schreibt Johannes weiter, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und Vater derselben. Deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir auch von unserem Herzen betrogen werden. Denn Jeremia sagt bereits, das ist das Urteil Gottes, das Herz des Menschen ist trügerisch, mehr als alles. Deswegen sind wir, wenn es um das Herz des Menschen geht, gut beraten. Nicht einfach unseren Begierden, geschweige denn den fleischlichen Begierden zu folgen, denn sie sind sehr raffiniert, sie sind trügerisch, sie sind vielversprechend und vernichtend. Nun, die Fähigkeit etwas zu wollen, etwas zu verlangen, Leidenschaft für etwas zu haben, ist nicht per se falsch. Bei dem nächsten Antrag schauen wir uns an, wie dieses Begehren auch richtig sein kann. Lass uns aber jeden Tag auf der Hut davor sein, der fleischlichen Begierde auf den Leim zu gehen. Denn so gut sie auch aussehen mag, so gut Dinge sie uns auch versprechen mag, sie hat unseren Tod, unseren ewigen Tod zur Absicht. bis zum nächsten Mal.